Guten Tag, mein Name ist Brev Polk. Das letzte Video, das ich mit Movie Maker produziert habe und das irgendwer auf YouTube veröffentlicht hat, da ging es um so ein alkoholisches Getränk. Das ist inzwischen noch ein bisschen peinlich. Ich hoffe, ihr kennt das nicht. Und deswegen ist das heutige Video auch betont und nüchtern gehalten. Leone und Diffus werden am 20.12. ein neues Album herausbringen namens Sich hinter Glas verstecken. Es gibt eine Record Release Party in München am 20.12. Es gibt das Album auf Bandcamp, also überall im Internet und dann auch irgendwie auf CD. Und ich habe so eine Anfrage gekriegt, willst du nicht eine Videoankündigung machen, machen auch andere und so. Und wir kennen das ja, so Rappers, die irgendwie andere ankündigen, so geiles Album von meinem Homie. Ich habe es noch nicht gehört, aber super oder ist schon okay, aber ich sage, dass es schlecht ist, weil es so lustiger ist. Oder ich finde es schlecht und sage, dass es schlecht ist. Und alle denken, das wäre nicht ernst gemeint. Oder so irgendwie. Und ich dachte, das kann ich auch machen. Aber dann habe ich das Album gehört und fand es ganz gut. Und teilweise sogar großartig. Ja, deswegen wie, ihr möchtet mir schreiben. Also wenn ich jetzt sage, das Album bewegt sich inhaltlich in so einem Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichen und individuellen Widersprüchen und alles zusammen und so, dann klingt das so ein bisschen langweilig für Leute, die zeigten Rapper wahrscheinlich. Und LeWang kann definitiv rappen, aber selbst das reicht nicht mehr für eine Empfehlung. Ja, selbst im Second Rap nicht mehr. Ähm, was ich beeindruckend finde an dem Arbum ist die Ehrlichkeit, Offenheit, Reflexion und Selbstreflexion und der liebevolle Umgang mit Sprache. Ja, ich habe hier sogar was rausgeschrieben, um mal so ein paar Zitate einzuwerfen. Gemischte Gefühle. Nee, nee, wir fangen an mit Bruchstück. Die Mauern wurden von uns gebaut mit unseren Händen. Jetzt sind sie so hoch, es ist einfach, sie gegen uns zu verwenden. Die Mauern sind so hoch, so hoch wie unsere Götter. Selbst wenn sie fallen, werden sie uns noch zerschmettern. Jetzt gemischte Gefühle. Oh, bisschen was anderes zu bringen. Sag mir, wenn hier schon alles zu spät ist und die Utopie für immer verloren, wieso kann ich sie denken? Ist auch was, was wir mal gut bringen können in so einer Diskussion am Ende. So ein Satz. Schätze, kannst du mich lesen? Ich bin ein Buch, aus dem der Wind die schönsten Seiten riss. Ist doch poetisch. Zeigung ist sehr poetisch, muss ich sagen. Das mag ich. Wir in allem. Wir verlieren uns auch. Wir verlieren uns auch. Und irgendwann ersehnen wir es, dass der Regen uns spült. Alles weckt, jeden Schmerz und jedes Gefühl. Und ein Fluss entsteht. Er reißt mich mit. Doch ich will es. Will etwas fühlen, was danach riecht, wie du riechst, wenn wir uns zersieben. Zersieben. Und das alles mit, ja, wunderschönen Beats. Also, die Beats von Diffus. Sehr detailreich. Sehr abwechslungsreich. Sehr gefühlvoll. Wunderschön. Ich hoffe, er hat nicht gelangweilt ausgeschaltet vorher. Und hört das jetzt um mein Kompliment. Weil ich überlege, ob ich ihm auch mal so eine E-Mail schicke und sage, es bringt ihm mal so ein Beat. Ähm. Ich muss jetzt irgendwie so einen Abschluss haben, aber ich habe mir auch einfach ein Zitat rausgeschrieben für den Abschluss. Das heißt, so teilweise so voll auf spontan, aber ist es überhaupt nicht. Ähm. Hier. Ich zählte und wurde traurig. Das sagt jetzt aber blank als Feature-Gast, ja. Ich zählte die Wörter und am Ende sagten sie mir, sie wären nicht genug für das, was ich eigentlich sagen würde. Das war für ein schöner Abschluss. Und deswegen lasst das Album sprechen. Lee-Wan und Diffus. Sich hinter Glas verstecken. 20.12.2011. Ciao.